Hallo zusammen, da der Community-Bereich hier auf YouTube, das ist der hier, gerne mitsamt der ganzen Posts darin untergeht, gibt es jetzt noch ein sehr kleines Infovideo für zwischendurch. Wir haben, ganz frisch, einen Discord-Kanal veröffentlicht, der sich um die Themen des Kanals dreht. Vorrangig also um Soulsborne und Soulslike-Spiele, aber auch um Videospiele im Allgemeinen und natürlich auf Topic-Themen. Also ein Kanal, auf dem sich die Community ganz entspannt austauschen kann. Johnny und ich sind natürlich ebenfalls dort unterwegs. Wenn ihr Lust habt, tretet dem Discord-Kanal gerne bei. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Community hierdurch noch lebendiger wird. Bei der Gelegenheit sprechen wir auch nochmal unsere Patreon-Seite an. Hier könnt ihr die verschiedensten Boni erhalten. Zum Beispiel gibt es, je nach Level, Zugang zu den Skripten der Lore-Videos mit gestrichenen Stellen, zusätzlichen Infos und weiteren Theorien. Also alles, was es ins fertige Video nicht geschafft hat. Zudem gibt es regelmäßige Info-Updates, Early Access zu den Geschichten-Videos, Hintergrundmusik von Johnny zum Downloaden, besonderen Discord-Zugriff und weiteres, plus ein bis zwei Besonderheiten im Jahr. Schaut, wenn ihr Bock habt, auch hier vorbei. Die Links zu Discord und Patreon findet ihr in der Kanal-Info und in den Videobeschreibungen. Ansonsten arbeiten wir natürlich regelmäßig an neuen Videos. Über das Thema des nächsten Lore-Videos beispielsweise habt ihr abgestimmt. Wir widmen uns somit den verschiedenen Existenzebenen in Bloodborne. Das recht umfangreiche Projekt ist aktuell in Arbeit, wird jedoch noch ein wenig dauern. Für zwischendurch, sozusagen als Überbrückung, gibt es immer etwas Neues. Aktuell ein kleines Let's Play zum sehr gelungenen Souls-like Lies of P. Ansonsten, sobald Johnny wieder vernünftiges Internet hat, kommen demnächst auch wieder mehr gemeinsame Videos. Das zum sehr kurzen Info-Video. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei seid und wünschen euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald, euer Srock.